Ihr kennt es sicher auch, stehst auf der Piste, hast einen Platten, was jetzt? Das Ding muss raus. In dem Video zeigen wir euch, wie man ein Hinterrad einfach und relativ unkompliziert aus dem Rahmen bekommt. Zuallererst mal gucken, welcher Gang eingelegt ist, weil es macht sich leichter, wenn ihr im Prinzip das Schaltwerk ganz unten habt. Hier ist schon mal nicht so viel Schaltwerk im Weg. Dann löst ihr euren Schnellspanner, Steckachse und so weiter, dreht ihn auf, zieht ihn raus und dann kommt es meist schon entgegen. Wenn ihr eine V-Break habt oder ähnliches, die zuvor lösen, weil sonst bleibt ihr jetzt am Mantel hängen. Schaltwerk nach hinten durchgedrückt und vorsichtig nach unten rausgezogen. That's it. Wenn das Rad dann draußen ist und ihr das Bike im Auto transportiert oder ähnliches, wenn es jetzt nicht unbedingt Platten ist, habt ihr zu eurem Rad von uns ein kleines Kunststoffteil bekommen. Das ist, um die Bremsbeläge im Prinzip auseinander zu halten. Wenn du jetzt versehentlich auf die Bremse kommst, setzt nicht die Intelligenz ein, die die Beläge nachstellt, sondern es bleibt in Form und du kriegst nachher die Scheibe wieder in den Rahmen bzw. in den Bremssache. So, wenn das ganze Ding wieder rein soll, Transportsicherung wieder entfernen. Achtet darauf, dass die nicht irgendwie fettig oder ölig werden, weil sonst habt ihr hinterher schöne Musik beim Bremsen. Dann kommt wieder die Kassettenseite natürlich ans Schaltwerk und hier die Scheibe in den Sattel. Hier aufpassen, dass ihr euch den Rahmen nicht anschrubbt. Drum vorsichtig, wieder Schaltwerk nach unten. Erstmal die Achse drum, aufs kleine Ritzel gehen und langsam nach oben. So, und jetzt sind wir hier an dem Punkt, wo die Scheibe zwischen die zwei Belege soll. Da drauf achten, dass die sauber drin ist und dann könnt ihr das mit zwei Fingern ganz easy nach oben drücken. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt darauf achten, dass das hier auf dem passenden Gang ist, das Schaltwerk hält schon aus. Dreh da wieder zu. Wichtig beim Schnellspanner nicht hier drehen, bis es zu ist und der am Schluss in der falschen Richtung ist. Sehen wir hier öfter. Sondern gucken, dass er ca. bei 90 Grad schon leicht greift. Da nochmal achten, dass das Ding richtig schön in den Ausfallenden, also in diesen zwei Beinchen sitzt und nach vorne hin weg drückt. Hier bei dem Rahmen, ich achte immer drauf, dass es in dem Dreieck hier drin ist. Bei dem Rahmen sitzt es jetzt nicht ganz perfekt. Da könnt ihr euch dann auch eine Alternativposition suchen. Nur eben darauf achten, dass es sauber gespannt ist. So, wenn das Rad jetzt wieder im Rahmen ist, kontrolliert nochmal. Könnt ihr am Boden machen, indem ihr einen Sattel hochzieht. Einfach mal dreht. Bremse darf nicht schleifen und so weiter. Wenn es doch der Fall ist, kontrolliert nochmal, ob die Achse richtig sitzt. Ob ihr das wirklich ganz nach oben gezogen habt. Geht auch ganz easy, wenn es am Boden steht. Einfach nochmal Schnellspanner auf, ein bisschen nackeln, Schnellspanner zu. Dann sitzt es schön in der Form und dann darf nichts schleifen. Sonst ist es Zeit, die Bremse mal einzustellen, aber dann wird es davor auch schon geschliffen haben. Probiert eure Schaltung nochmal durch, schaut, ob alles fest ist und dann kann es weitergehen. Dir hat das Video gefallen, dann gib uns einen Daumen hoch. Und noch besser, wenn du kein Video mehr verpassen möchtest, geh auf Abonnieren. Hier. Um keine weiteren Videos zu verpassen. Bringt uns erstmal nichts, aber zeigt uns einfach, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und das ist eine Wertschätzung für unsere Mühe und Zeit, die wir hier reinstecken. Ansonsten gerne kommentieren, gerne Fragen stellen. Wir machen das Ganze nicht für uns, da wissen wir ja genug drüber. Sondern für dich hinter der Kamera. Also zeig uns doch über Like, über Kommentieren und auf Abonnieren. Das reint sich sogar. Cool. Ja, also wenn du uns mehr sehen willst, dann let's go. Ja, also wenn du uns mehr sehen willst.